Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kirby 64, der Crystal Shards. Ja, im letzten Part lief es nicht so wie geplant. Wir haben zu warten. Hi, wie Sie kommen ja in der Welt. Und da sind wir die Mauer gegangen. Und ehrlich gesagt, da hat es mich angeschissen. Ich habe den Part beendet. Doch jetzt geht es weiter und... Ich hoffe mal, diesmal läuft es anders, denn ich bin bereit. Ich habe Lust. Ich habe das letzte Mal auch. Brauch. Der Ried macht mir immer Probleme. Nein. Naja. Mann. Aber eben. Es kann nicht immer alles funktionieren, oder? Es ist etwas Volkes. Leute, was bringt denn da? Geh weg. Das ist mal, dass ich mich ganz vorsichtig habe. Und nicht so viel zufällig. Und... Ja, Leute. Das ist auch etwas ganz Gemeines. Diese fahren die ganze Zeit hier. Diesmal schaffen wir es weiter. Diesmal werden wir es schaffen. Jawoll. Was ist das? Oh. 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 Okay, Leute. Das ist doch mal schön hier. Hier. Und dies. Was ist das? 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 Ja, ich warte noch mal wieder hoch. Was ist das? Okay, wir brauchen die Flügel, die Flügel. Wenn ich nicht alles verlaufe. Dar, her. Da, her. Da, her. Und da geht es schon weiter. Diesmal müssen wir uns hoch. Dann nächstes Mal müssen wir uns herunter. Au. Werluft. Ich habe noch nicht alle Fähigkeiten Intus, sehen Sie besser mit diesen Doppelten hier. Ich habe noch nicht so viel und... Und ja... Ja Leute, diesmal sieht es einiges besser aus für uns. Und... Ja... Dich mag ich fast. Das ist doch Energieverschwendung hier. Und... Und ich habe noch mehr Leben. Und... Ein Sternchen. Nein! Mann ey! Das... Leute, das war eigentlich nicht mein Plan. Da geht man weiter hoch. Ich gehe jetzt mal so hoch hinaus wie ich kann. Ich habe das Gefühl, ich weiss nicht mehr. Okay. Dann gehe ich da rein. Ja. Ja, so weit sind wir noch nie. Kommen. Oh! Das hat Style. Das gefällt mir. Oh. Jetzt dachte ich schon. Und... Hoppla! Körpi der Dschungelkönig! Also, ich stehe... Das ist eine gute Idee! Denken wir rein. Oh! Oh! Ach. Das ist doch consequentist! Ja, was will der denn hier? Oh! Ich habe das Gefühl, dass ich damit nicht gelang kann. Das heisst! Ja! Ganz hinterlich gemacht, nicht von mir. Hier! Äh, Leute! Wisst ihr, wie ich den besiegen kann? Ich weiss nämlich nicht! Na! Meine Güte! Nö! Wie die ganze hinterlich gemacht? Super gescheit! Oh! Komm her! Ich erwische ihn nicht! Hier! Achso, ich habe mich zu zocken. Höhö! Jawoll! Ich habe mich erwischt! Und gleich noch mal! Gleich noch! Mal habe ich gesagt! Ja, schön! Oh! Leute, habt ihr das gesehen? Mit meinem Kristall! Komm her! Ist er weiter oben? Kann ich den holen? Nicht? Bade! Habe ich mich schon so gefreut! Ich glaube, ich habe herausgefunden, wofür das... Ich glaube, ich habe herausgefunden, für was da diese Dinger sind! Das ist wohl der Weg! Wie weit wir sind? Oder sehe ich das falsch? Ja, nee! Jawoll! Leute, ich habe doch Angst! Schreibt mir Hilfe! Hey, geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Uh! Leute! Das gehört mir! Ah! Uh! Leute, war's das? War's das? Nein! Ein LOLi! Oh! Ich habe ganz vergessen, wo gut es die sind. Aber jetzt ist mir wieder einiges klar. Hopp, das will ich. Das will ich auch. Dich will ich auch. Nein, dich will ich nicht. Mann. Dich will ich nur, um den Gehirn zu vernichten. Wenn doch eine kommt, die das sendet. Hurra, Leute. Hurra, Leute. Und hopp. Jawohl, Leute, wir haben ein One-Up. Dieses Mal lief es doch viel besser. Dann gehen wir doch gleich weiter. Hilfe. Ich will alles hier. Wo bin ich denn jetzt? Oh. Yeah. Er erinnert mich gerade als Donkey Kong Returns. Oh, das war aber nicht das erste Mal, oder? Und das war, das war falsch. Oh. Komm. Und hopp. Hopp. Schmeck. Schmeck. Woho. Ich will nicht. Verdammt. Hups. Stopp, stopp. Schmeck. Ich will nicht. Und es geht lustig. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh, nein. Unser schönes Leben ist weg. Oh, Mann. Das will ich gar nicht mehr. Okay. Und noch mal. Und noch. Und weiter, weiter, weiter. Komm schon, Sivan. Und jetzt. Stopp, 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 stopp. Als Versiegel muss ich wohl nichts anschauen. Oder? Und sehe ich das gerade ganz falsch. Stopp, stopp. Und hoja. Stopp, stopp. Oh, nee. Es ist die Chance gehabt, so schön jemanden wiederzuholen. Aber nein. Ich bin ein Möbel und kann das wieder nicht. Und. Hopp. Ja, ich muss gar nichts zu ihm machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ich muss nur einfach zu fahren. Und so. Ein bisschen springen und tüpfen. Oder dass ich was mache. Oh. Was soll das? Geht's da weiter? Nee, jetzt muss ich wieder laufen. Oh, Mensch. Schade. Ein. Ein Kirby-Bomb. Oh. Das kann ich nicht sagen, der ist raus. Oh, Mann. Da ist jemand. Hörp. Womp. Ein Kirby-Womp. Oh, ho, 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 ho. Warte. Oh. Oh, jetzt darf ich schon. Er kriegt mich. So lange ist mein Geht das nicht hier. Da oben ist dein Leben. Das, das, das. Will ich. Ja. Wolltest du dein Leben? Das war doch ein Leben. Lass mich. Nein, 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 nein. Das habe ich überhaupt nicht so. Das mag ich nicht. Das ist ein Dislike. Und es geht noch weiter in dieser, dieser, dieser Höhle. Oh, das ist ein bisschen. Ja, komm schon. Es ist so schwierig hier. Nein! Was ist das? Ja! Gucken, kann ich mich mit meinem Atem zerstören? Dachte ich schon. Leute, ich habe das Gefühl, ich werde bald wieder mal sterben. Ja, nee, ist klar. Ne? Nein! Nein, Leute! Das tut mir jetzt wirklich leid. Ja, komm schon, Scheiss. Nein! Ich meine, kriegst du mich nicht! Ah, du auch nicht. Ja, Scheiss schon. Schade. Schade, Schokolade! Da, sie ist schon. Nein, du kannst mich mal! Nein! Menno! Nein, tschüss! Puh! Ja, Leute! Ja, Leute! War's das? Nee! Hey! Hätte ich wohl gerne. Hätte ich wohl gerne. Nein, eigentlich nicht. Wie gefährdet mir das? Komm her! Eigentlich aufs Aufend! Jawohl! Nur ein bisschen Elektro. Naja, besser als nicht. Ja, und... Mehr hier! Ach, Menno! Meine Krabe hat mich getroffen! Ja, eigentlich wollte ich dich erwischen. Ich gemerkt hast! Stirrt doch! Ich will nicht! Ich habe ich... Ähm... Jetzt habe ich keinen jemanden mehr gesehen. Das ist los, ich... Stirb! Denn ich will es nicht! Ja! Und... Ach, Mensch! Dieser... Fritzlblitz hier! Geben wir sowas auf die Nerven! Ähm... Ja... Okay, das sollte eigentlich kein Problem sein hier. Nehme ich mal an. Wenn denn, wenn das alles ist, habe ich ja... Meine Fritzlblitz-Attacke! Und dann ist das alles kein Problem. Und wo ist mein Diamant? Ich will mein Diamant! Warum bekomme ich nicht mein Diamant? Oh! Leben! Ganz viel Leben! Oh! Danke! Geh! Geh! Leute, ich habe das Gefühl, das ist jetzt ganz gefährlich! Hier! Oh! Ich dachte schon, jetzt bin ich K.O. Aber... Ich dachte, Glück im Unglück! Leute! Was geht denn hier ab? Nein, 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 nein! Boah, Leute! Habt ihr das jetzt gesehen? Ja, da muss man schon schneller sein hier, Kirby! Sonst bist du... Matsch! Ja! Da nützt ich das Ganze... Das ganze Essen auch nichts mehr! Bitte, bitte das Ende! Ja, Leute! Das wäre auch geschah! Ich sollte noch ein bisschen mehr lernen, weniger Schwung zu holen, wenn ich weniger Schwung will. Und, Leute, es tut mir wirklich leid... Ähm... Ich habe es erst jetzt bemerkt... Ich nehme sie mal weg! Wuhu! Hier, meine Maus! Ähm, ja... Entschuldigt mich bitte... Das, ähm... Ich wollte das wirklich nicht... Ähm... Ja, ähm... M, M! Heute ist dein M! M und M! Ja, auf jeden Fall... Das war's für heute! Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch! Würde mich freuen! Wenn nicht, dann ist das auch alles so! Könnt ihr auch in der Oben runtergeben! Da müsst ihr einfach noch einen Kommentar dazu schreiben! Bitteschön! Wäre ja echt freundlich! Und dann, ja... Würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal! Und... Bye, bye!